Warum sollte ich mich als Arzt oder Mediziner ab sofort um mein Personal Branding kümmern? Diese und weitere interessante Fragen bespreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Norman Glaser. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info-at-business-doc.online. Ja, unser heutiger Gast Norman Glaser, ich habe ihn vor einem Jahr in einem anderen Podcast gehört, habe mich seitdem sehr mit ihm beschäftigt, habe viel zum Thema digitale Markenführung von ihm gehört und auch zum Thema Personal Branding und deshalb nochmal herzlich willkommen, lieber Norman. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Danke. Sehr, sehr gerne. Ja, ich möchte dich natürlich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer sich einen kleinen Eindruck machen können, wen wir hier heute im Interview haben. Ja, Norman Glaser hat Kommunikationsdesign und Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit fast, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 20 Jahren als Digitalunternehmer und Experte für das Thema Personal Branding unterwegs. Er hat 2007 gemeinsam mit einem Partner die Firma Markenkonstrukt ins Leben gerufen, ist eine Firma für strategische Markenführung für digitale Marken. Die Kunden unter anderem die Firma Brose, Douglas, Volvo, Sparkasse, Penta Hotel, Sarnakorps und so weiter und so weiter. Ich hätte noch einige mehr aufführen können. Ja, daraus entstanden ist vor einiger Zeit ein sehr interessanter Podcast, nämlich der Podcast zum Thema Markenrebell. In dem Bereich ist er sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, über 70.000 Zuhörer jeden Monat. Das ist der Wahnsinn. Also wir müssen uns nachher nochmal darüber unterhalten, wie wir nur annähernd überhaupt an diese Post-Podcast kommen können. Ja, und weil du unter anderem da eben auch Post-Podcast-Coaching betreibst und auch für einige Leute anbietest, finde ich hochspannend und interessant. Dann hast du eine Plattform ins Leben gerufen für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte. Das ist auch ein Thema, wo wir heute sehr gerne mal drüber sprechen wollen, das Thema Next Level. Dann gibt es darüber hinaus eine Gesundheits-App, Valeo, die Informationen und Coachings zum Thema Gesundheit anbietet. Dann bist du auch nur im Bereich von Bildungsprojekten unterwegs. Also das Thema Come-to-Coach, Strategie-Plattform für Coaches. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch gefunden, Software für Marketing, Inszenierung, Produktverkauf mit dem Label-P-Touch. Und da kommen noch einige hinzu. Das Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, du hast sogar ein Buch veröffentlicht. In diesem Monat? Noch nicht. Kommt jetzt, kommt jetzt. Digitale Brandstiftung, ja. Oh, also du musst viel Luft holen, dass du dir Zeit genommen hast und das irgendwie noch in deinen Tagesablauf bekommst. Das Interview heute, vielen, vielen Dank, Norm, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, mit deinen Worten sagen, wer ist Norm Glaser, was macht er beruflich und privat? Ja, du hast das eigentlich schon perfekt zusammengefasst in wenigen Sätzen. Vielleicht, um es noch ein bisschen plastischer hinzukriegen. Wir kümmern uns mit Markenkonstrukten, mit unserer Agentur, die so quasi das Fundament von allem ist, um digitale Projekte und helfen Einzelunternehmern oder Großkonzernen, die du schon erwähnt hast, dabei digitale Projekte zu realisieren, weil einfach Digitalkompetenzen mehr und mehr gebraucht werden und wir auch immer wieder feststellen bei unseren Klienten, wie herausfordernd das Ganze ist. Also wenn ich einen Heizungsbauer bestelle, weiß ich, am Ende geht die Heizung, und das kann ich gut einschätzen, über Handauflegen, ob die Heizung funktioniert oder nicht. Bei Digitalprojekten, was kostet ein Internetauftritt? Was, wie entwickle ich eine E-Commerce-Plattform oder eine Multichannel-Plattform wie Next Level? Und aus diesem, aus mit diesem Know-how, branchenübergreifend, was wir über Jahre einsammeln konnten, sind dann eigene Produkte entstanden, die du erwähnt hast, wie Next Level, wie Valeo oder Come2Coach und dergleichen, weil wir gesagt haben, wir müssen es am Ende einfach selbst machen, um herauszufinden, wie es funktioniert. Also digital heißt halt einfach probieren, ausprobieren, lernen und vor allem die Wege kennenlernen, die eben nicht funktionieren. Und nicht zuletzt mit dem Markenrebell-Podcast wollen wir einfach vieles von dem weitergeben, was wir eben so an Erfahrung sammeln konnten. Im privaten Bereich, wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesagt, du bist bei dir zu Hause gerade, im Hintergrund, du hast da den See. Den See sieht man jetzt gerade nicht, aber nur ungefähr. Hinter der Wand. Ja, also wir wohnen ganz beschaulich in einem Holzhaus am See mit meiner Partnerin Katharina Pommer und unseren vier, bald fünf Kindern. Und ja, also das ist einfach so ein Ort der Kreativität. Also für mich ist das Kreative, du hast gesagt, Kommunikationsdesign, BWL, das ist eigentlich wie, ich vergleiche es immer wie Bäcker und Metzger zusammen. Ja, passt eigentlich gar nicht. Aber was mich immer schon fasziniert hat, wie kann ich mit kreativen Arbeiten, Projekten, kreativen Konzepten tatsächlich auch wirtschaftlichen Erfolg erzeugen. Ja, und das ist ja, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ein Riesenthema, dass wenn wir uns mit Digitalprojekten beschäftigen, immer auch mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen müssen. Also wie ich das auch von früher kannte, wo uns Audi gesagt hat, hier habt ihr 500.000 Euro, macht man eine schöne IAA-Messe. Die Zeiten sind vorbei aus meiner Sicht oder sollten vorbei sein. Hier und da sind es auch nicht vorbei. Das heißt, egal was ich in meine Präsenz als Marke oder auch als Persönlichkeitsmarke investiere, muss ich immer auch überlegen, wie kann ich ein Refinanzierungsgedanken oder ein Geschäftsmodell dahinter entwickeln. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und das heißt also, dieses Thema Haus am See und Holzhaus und Familie, das ist die Auszeit, die du dir einfach zwischendurch nimmst, um dann wieder fit zu sein für das, was du in der täglichen Praxis machst. Weil das ist ja wirklich auch, also der gerade Beratungsansatz ist ja wirklich unglaublich intensiv, also Mensch zu Mensch, auf der einen Seite Digitalisierung, aber auf der anderen Seite eben auch immer die persönliche Beratung, Begleitung von Menschen, die dahinterstehen. Ja, ich finde, und so war ich nicht immer drauf, muss ich sagen, eigentlich erst so mit der Idee des Rebellen in mir, deswegen war ich auch extra beim Friseur für dich heute. Dass die Familie für mich im Vordergrund steht und die Digitalisierung oder die digitalen Medien uns befähigen sollten, dass wir genau das leben können, also dass wir genau den Fokus auf diese Zwischenmenschlichkeit, auf Familie legen können und nicht mehr arbeiten. Also wie viele Startups kennen wir, die einfach nur noch am Hasseln sind, mit 80 Stunden pro Woche eigentlich kein Privatleben mehr haben. Und ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Also ich glaube, zur Industrialisierung hat man schon gesagt, wir machen aus einer Sieben-Tage-Woche eine Drei-Tage-Woche. Also ich glaube, wir könnten es jetzt tatsächlich realisieren, wenn wir die Digitalisierung auch als solche verstehen, dass sie uns Vorteile bringen, indem wir unseren Prozess einfach hinterfragen. Wie arbeiten wir heute eigentlich? Wie skalierbar ist unser Business? Eine letzte persönliche Frage zum Thema Gesundheit. Nimmst du dir da ein bisschen Zeit für? Also Ernährung, ist das wichtig für dich? Spiel das eine Rolle? Thema Sport? Gerade am See? Ja, absolut. Also um den See sind viereinhalb Kilometer. Das muss gedockt werden. Wir haben einen Kanu. Bei vier Kindern bist du eigentlich ständig am Laufen. Aber es ist ganz interessant. Es gibt eine aktuelle Studie, die ja besagt, das Thema, wie kann ich möglichst gesund alt werden? Und da ist so Sporternährung eher an letzter Stelle ganz interessant. Und so an erster Stelle ist so das ganze Thema Beziehungen, also soziale Beziehungen in der Familie zu Freunden, Zeit zu verbringen, Erlebnisse zu entwickeln und dergleichen. Also das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Sport und Ernährung. Ja, sind wir eigentlich ja schon unmittelbar beim Thema. Also wir haben ja einiges an Ärzten aus dem medizinischen Bereich. Und da spielt das Thema Gesundheit ja immer eine unglaublich große Rolle. Ich habe ja für mich so ein bisschen entdeckt, dass das neue Statussymbol für die Zukunft eben nicht mehr mein Haus, mein Auto ist, sondern wenn ich aufhöre, noch gesund. Wenn ich also wirklich viel mehr Zeit habe für mein Leben, das Statussymbol für Gesundheit. Wenn wir jetzt mal aus deiner Sicht, du hast ja auch viel im Bereich, du hast ja auch einen Podcast zum Thema Digital Health. Wenn du, wenn du aus der Medizin, aus dem medizinischen Sektor, kennst du dich aus, du hast die Gesundheits-App oder diese Medizin-App Valeo, also du hast ja viel mit dem Gesundheitsbereich zu tun, du seid da unterwegs. Wo gibt es für dich im Moment die größte Veränderung, was das Thema Arzt-Medizin angeht? Ja. Also ich glaube oder bin fest davon überzeugt, wenn ich mir das Ganze so anschaue und beobachte, dass die Gesundheitswirtschaft so die letzte Branche sein wird, die disruptiven Wellen unterliegen wird. Also das, was wir zum Beispiel aus der Verlagswelt kennen, dass Verlagstitel, Tageszeitungen, Verlage eingestampft wurden oder Insolvenz anmelden mussten, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Das werden wir auch und das ganz massiv in der Gesundheitswirtschaft erleben. Einfach aus dem Grund, weil das, was ich so sehe im Markt, eher eine horizontale Vernetzung darstellt. Also für mich bedeutet Digitalisierung, horizontal und vertikal zu vernetzen. Das heißt, horizontal Ärzte kooperieren miteinander in Form von Verbündeten zum Beispiel. Und die vertikale Vernetzung ist hin zum Patienten. Und das, was ich sehr oft wissen, ganz viele Konzepte, auch seitens der Krankenkassen, die horizontal vernetzen. Wenige Konzepte, wenig gute Konzepte, die wirklich vertikal integriert sind zum Patienten. Und da sehe ich ein enormes Potenzial, auch für den einzelnen Arzt, der da tatsächlich was tun kann. Kannst du da mal ein Beispiel geben konkret, was mit der vertikalen Vernetzung zum Beispiel gemeint ist? Ja, das sind zum Beispiel Services, die ich Patienten anbieten kann. Also wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel in England, es gibt Apps, da kann ich mit deutschen Ärzten über eine englische oder aus England kommende App sprechen und mich beraten lassen. Das ist in Deutschland stark reglementiert. Jetzt gab es natürlich eine Lockerung oder eine Aussichtstellung zur Lockerung dieses berufsrechtlichen Themas. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Services, und wir sind im World Wide Web grenzenlos, dass diese Services nicht im Ausland bereitgestellt werden. Und wir damit den deutschen Arzt eigentlich durch die deutsche Gesetzgebung eigentlich daran hindern, vertikal zu integrieren. Also Services anzubieten, Telemedizin beispielsweise, elektronische Patientenakte und dergleichen. Aber das kann ja auch im Kleinen stattfinden. Also was kann ich zum Beispiel über einen Livestream, über ein Online-Coaching oder so als Arzt tatsächlich meinen Patienten anbieten? Also das ist ja das, was wir jetzt ja auch mit WhatsApp und Co. kennen, wo wir jetzt wieder durch das Thema Datenschutz Probleme kriegen. Also es sind Leitplanken und man muss jetzt wirklich geschickt schauen, gerade in dieser Branche ist es echt auch toll und ein Kompliment auch an deine Arbeit, dass du dich dahingehend wirklich engagierst. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, um einfach die Gesundheitsversorgung in Deutschland für die Patienten auch sicherzustellen. Also so ein Thema Datenschutz, gerade jetzt das neue Thema Datenschutz-Gundverordnung, wie er vor ein paar Wochen, zwei Wochen jetzt ins Wimbo beziehungsweise in Kraft getreten ist, da sehe ich das tatsächlich eher von einer fünf-spurigen Autowahn auf einer Einbahnstraße. Also das ist wirklich ein Riesenthema im Moment und auch die Ärzte betrifft es natürlich, aber die meisten wissen immer noch nicht, wie sie richtig damit umgehen sollen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz, ich finde das hochspannend zu sagen, der Arzt kann auch, also der Arzt, der einzelne Arzt in deiner einzelnen Praxis kann schon etwas tun, gerade für die Patienten und für die Ausweitung vielleicht. Ich meine, wir haben ja in Deutschland wirklich hochqualifizierte Mediziner, eine tolle Ausbildung dahinter, der dauert sehr lange und wenn die Ärzte im Facharzt auch ausgebildet sind, wissen sie sehr viel, aber es ist eben immer begrenzt oder regional begrenzt auf den Ort der Niederlassung oder eben aufs Krankenhaus. Ja, schöne Möglichkeit, vielleicht kannst du so zwei Versätze mal zu dem Thema dieser Valeo-Plattform sagen, also nicht nur Valeo, ich glaube der Next Level genauso, die Möglichkeiten es zum Beispiel für einen Mediziner gibt, sein Wissen mehr Menschen, Kunden, Patienten zugänglich zu machen. Ja, fange ich vielleicht so an, bevor ich so auf die Plattform eingehe. Wir haben uns die Frage gestellt oder das sieht man ja auch immer wieder im Netz, dass man im Grunde Wissen konservieren kann in Form von Online-Trainings oder E-Learning-Angeboten, Online-Kursen, Webinaren, E-Books bis hin zu Live-Streamings, die man jetzt zum Beispiel bei Facebook machen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt, mit Next Level, das ist eigentlich so das Fundament des Ganzen. Wie kann man das auf einer Plattform so einfach wie möglich bereitstellen? Also wie kann man Menschen helfen, ihren Inhalt, ihr Wissen in Form von einem E-Book, von einem PDF oder von einem Film, von einem Audio so zur Verfügung zu stellen, dass es sich dann einer entsprechenden Reichweite anbieten lässt und vor allen Dingen monetarisieren lässt. Also das, was wir ja kennen bei YouTube, bei Facebook, sind ja alles im Grunde kostenlose Inhalte. Das macht aus Sicht einer Content-Marketing-Strategie natürlich Sinn, dass ich Vertrauen herstelle, also diesen Trust-Building-Prozess erst mal starten muss, um zu sagen, hey, ich bin jemand, der sich mit diesem Thema wirklich als Experte, als Fachmann, Fachfrau auskennt. Und irgendwann kommt halt der Sprung, wo man dann sagt, okay, man entwickelt einfach ein digitales Produkt und will das natürlich dann auch monetarisieren, will das natürlich auch verkaufen. Und das ist natürlich für uns die Grundlage gewesen, zu sagen, wir wollen das auf höchstem technologischem Level, über Next Level als Plattform zur Verfügung stellen und haben mit Valeo quasi eine eigene Sparte, die sich nur um das Thema Gesundheit kümmert. Also die sich Ärzten, Apothekern, Personal-Trainern, aber kuratierte Angebote natürlich auf die Plattform hebt, weil das finde ich extrem wichtig. Es gibt sehr viel im Internet. Vor zwei Jahren noch war es in 90 Tagen möglich, ein Waschbrettbauch zu bekommen. Heute sind es schon 21 Tage. Das geht immer schneller. Oder der Reichtum kommt über Nacht oder maximal in drei Tagen. Also es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich mit seinem Angebot, mit seinem Produkt, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Personal Brand, mit seiner Marke im Internet wirklich auch so positioniert, dass man sagt, okay, ich schließe mich wirklich Plattformen an, die darauf achten, dass der Content auch wirklich hohe Relevanz für die Nutzer hat. Und genau das wollten wir mit Next Level beziehungsweise Valeo schaffen. Okay, wenn ich das jetzt mal für den einzelnen Arzt versuche, konkret zu machen oder für mich mal zu beschreiben, ich bin jetzt ein Hausarzt beziehungsweise Hautarzt, Dermatologie, habe jetzt vielleicht auch einiges im Bereich der privaten Patienten, ein gutes Angebot, mache vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie dabei und bin Experte in dem Segment. Also auch was jetzt Hautbild, Screening und so weiter angeht. Wie kann ich mich als Experte, oder wie kann ich mein Wissen als Experte aus meiner Praxis herausbewegen und auf die Plattform bringen? Ja, also wir beide wissen, dass Ärzte eines nicht haben und das ist Zeit. Das heißt, Zeit vor allen Dingen, um Content zu erstellen. Also Content kann ich im Wesentlichen auf dreierlei Weise erstellen, nämlich einfach, ich kann es schreiben, ich kann ein Video drehen, so wie wir das gerade machen, musst du halt immer sehen, dass die Haare liegen oder du hast so eine Lösung wie ich. Oder du machst Audio. Jetzt kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine Fachkompetenz zum Beispiel in Form eines E-Books, also eines PDFs zum Beispiel, rausbringen möchte, dann kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, du sprichst das Ganze als Audiodatei auf dem Weg in die Praxis und am Abend von der Praxis nach Hause in dein Handy und schickst zum Beispiel unserem Team bei Next Level diese Datei oder Valeo zum Thema Gesundheit und dann machen wir daraus ein E-Book. Also wir bringen das in eine textliche, verschriftlichte Form und strukturieren das Ganze, geben das zur Freigabe nochmal zurück und dann hat man im Grunde das, was man dann so über, sage ich mal, in den Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen reingesprochen hat in sein Handy und dann als wertvolles Produkt für die eigenen oder auch neue Patienten. Okay, das heißt, ich muss... Und das Ganze... Ja, entschuldige. Mach das zu Ende. Das heißt, dieses Produkt, was dann entstanden ist, jetzt am Beispiel eines E-Books, eines PDFs, kann dann natürlich auf die Plattform zum Verkauf angeboten werden. Das heißt, ich muss mich wirklich nicht darum kümmern, ob ich da das richtige oder falsche oder den richtigen Satz, den falschen Satz gesagt habe. Ich spreche einfach drauf, mache das jeden Morgen 10, 15, 20 Minuten auf dem Weg in meine Praxis oder in der Praxis, in der Mittagspause, schicke euch das und den Inhalt fasst ihr so zusammen, dass der Arzt dann hinterher ein fertiges E-Book bekommt und das auf der Plattform zum Beispiel verkaufen kann oder das anbieten kann, wo immer er will. Richtig? Ja. Ja. Also, ich habe tatsächlich auch mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen, die das wirklich als Business aufbauen. Also, man muss ja sagen, das eine ist ja das klassische Geschäftsmodell eines Arztes und das andere, kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr sagen als ich, ist halt ein ergänzendes Geschäftsmodell, der Aufbau eines weiteren Standbeins. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist halt der Quick-and-Dirty-Weg, wie ich an so ein E-Book komme, um mein Wissen zu transportieren an an meine Zielgruppe oder natürlich an die also an die Zielgruppe über meine eigene Regionalität, meine Grenzen, also kann ich als Münchner Arzt natürlich auch einem Hamburger Publikum oder Hamburger Internet-Nutzern mein Wissen anbieten. Was ich natürlich empfehle einfach, wenn ich das wirklich ernsthaft betreiben möchte und mein Geschäftsmodell erweitern möchte, dann empfehle ich das Ganze natürlich nach und nach so schrittweise in Form von so Phasen zu professionalisieren. Dass man wirklich sagt, so wie du das zum Beispiel auch machst, soweit bin ich jetzt noch nicht, Podcast ist bei mir Audio, du machst mit mir Audio und Video. Das ist schon next level. Ich muss noch keine 70.000 Leute im Monat erreichen. Das ist schon next level. Das heißt, jetzt hast du Mimikgestik hier mit dabei. Das ist ja das Höchstmaß der Gefühle, die wir transportieren können über das Internet. Audio hast halt nur Stimme. Aber dadurch schaffst du natürlich nochmal eine ganz andere Nähe aufzubauen, eine ganz andere Präsenz aufzubauen. Und das kann natürlich auch ein Arzt machen, indem er E-Learning-Module oder Lessons anbieten kann und sagt, hey, zum Thema Haut, meinetwegen Hautkrebs als Thema, biete ich hier drei Lektionen an. Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mehr darüber erfahren? Aber natürlich nicht diagnostisch, sondern eher informativen Charakter hat. Also, dass ich wirklich den Deep Dive ins Thema habe, den ich so in der klassischen Beratung beim Dermatologen einfach nicht habe, weil er die Zeit gar nicht hat, sich mit mir auseinanderzusetzen. Okay. Und nehmt ihr ihn da an die Hand? Also unterstützt ihr ihn da? Könnt ihr ihm sagen, mach das so, gebt ihm vielleicht mal Coaching? Denn nicht jeder ist ja jetzt derjenige, der sich sofort vor eine Kamera stellt und sagt, mach das vielleicht nicht mit was auf. Also auch da wäre die Möglichkeit, sich von euch unterstützen zu lassen. Ja, also wir haben einen Partner-Hub, nennen wir das, also Partner, die angeschlossen sind an Next Level und Valeo und wenn der Bedarf entsteht, haben wir natürlich Leute und Experten, die dann dezidiert auf diese entsprechenden Themen natürlich auch spezialisiert sind. Jetzt ist das ja ein Schritt. Ich habe im Eingang die Frage gestellt, warum sollte sich der Arzt der Mediziner ab sofort um das Thema Personal Branding kümmern? Das ist ja jetzt im Grunde die Zusammenführung dieser beiden, ich nenne es jetzt mal Medien, auf der einen Seite das Thema Digitalisierung. Ich baue mir ein zweites Standbein auf zum Thema oder in einem Medium, das ich sonst nicht bedienen kann und dafür kann ich mich an euch wenden. Dafür habt ihr die Plattform und stellt alles zur Verfügung. Jetzt erreiche ich damit ja automatisch auch das andere, nämlich das Thema Personal Branding. Das heißt, ich stelle mich als Marke plötzlich dar. Welche Bedeutung hat das für dich in der Zukunft, gerade für den Mediziner? Also es ist für mich maßgeblich. Also im Internet ist die Spezialisierung im Grunde das A und O, um mich so selbst als Marke oder mich und meine Unternehmer als Marke aufzubauen. Stellen wir uns Folgendes vor, mal angenommen, ich würde im Internet auftreten als Allgemeinmediziner, was gibt der User bei Google in den Suchschlitz ein? Der wird ja dann nicht Allgemeinmediziner eingeben, es sei denn, ich suche einen aus meiner Region, sondern die Nutzer geben natürlich ein ganz konkretes Problem an, zum Beispiel Hautkrebs oder noch ein paar Begriffe mehr. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch als Arzt zu diesem Thema mit dieser Spezialisierung und digitalen Angeboten oder Produkten gefunden zu werden bei Google. Das heißt, das A und O ist sich wirklich so spät wie möglich digital einen Fingerabdruck aufzubauen oder ein digitales Profil aufzubauen und wirklich zu sagen, ich bin wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema und muss das dann natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken mit redaktionellen Beiträgen oder so wie wir das machen mit einem Podcast, mit einem YouTube-Channel, was mir halt einfach so als Medium liegt und wo ich natürlich auch Zeit investieren muss. Also das muss man schon dazu sagen, sich da eine digitale Identität und genau das ist ja mein Thema, Digital Branding, aufzubauen, muss klar sein, das ist ein kontinuierlicher Prozess, auf den ich mich einfach einlassen muss, um eine Wiedererkennung herzustellen, um mich zu positionieren. Das heißt also nicht das Ganze nach einem oder zwei Monaten, wenn ich dann fünf, sechs Podcasts gemacht habe, wenn ich fünf, sechs E-Books oder zwei, drei E-Books habe, nicht wieder zurück, sondern ich muss dann auch wirklich mir mal sagen, mach das jetzt mal zwei Jahre oder drei Jahre oder gehe eher einen Zeitraum ein, in jeder Zeit, ich sage, dann mache ich es tatsächlich, dann ziehe ich es durch und habe in der Zeit dann eben auch ein bisschen mehr zu tun, als eben in Anführungsstrichen nur um meine Praxis zu führen. Das ist ja auch schon eine große Herausforderung. Ich kann es natürlich clever machen. Also wenn ich jetzt deinen Podcast höre und dieses Interview höre und mich dafür interessiere, dann kann ich natürlich dich anrufen, weil du kennst die Abkürzung oder du kennst Leute, die die Abkürzung kennen. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass man muss es ja nicht so, wie wir beide das gemacht haben, so Pionierarbeit machen und sagen, okay, wir machen erstmal alle Fehler und geben das dann irgendwie weiter an die nächste Generation, Sondern als Arzt kann ich mich, wenn ich mich dafür oder Ärztin kann ich mich natürlich da an Experten wenden, die schon dort sind, wo ich hin will. Ich hätte mir damals, ehrlich gesagt, vor fast drei Jahren auch nicht, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir jetzt 70, jetzt diesen Monat 80.000 Leute da beliefern mit unseren Inhalten. Aber es zeigt, welche Möglichkeiten das Internet einfach zur Verfügung stellt und welche Möglichkeiten jeder von uns hat, er sich fokussiert und spezialisiert im Markt aufstellt und sich selbst natürlich auch als Marke baut. Ja, genau. Vielleicht nochmal, natürlich, wir verlinken mal alles, was so mit dir und mit euch zu tun hat. Also genau das Thema Podcast, weil du hast da eine sehr schöne Folge jetzt letztens noch veröffentlicht zu dem Thema, wie bringe ich meinen eigenen Podcast auch ein bisschen weiter und schneller nach vorne. Was kann ich da tun? Wie gesagt, du bietest ja auch zunächst mal im Erstgespräch ein kostenloses Podcast-Coaching an, um so mal die Grundlagen, ich glaube, hochinteressant für all diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen, wenn es letztendlich auch kein Podcast ist, sondern einfach ein E-Book oder irgendetwas anderes, wo man einfach ein paar Inhalte von dir bekommt. Also wir machen alle möglichen Verlinkungen auf jeden Fall in die Shownotes und auch die Adressen dann von Markenkonstrukt und auch von Markenrebell, sodass man sich gegebenenfalls auch sofort direkt mit dir oder mit euch in Verbindung setzen kann. Ja. Also das Thema Personal Branding, Markenbildung ist wichtig natürlich für das Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht eben auch einfach, um auch vor Ort präsent zu sein. Denn wir haben ja ein spezielles Thema beim Arzt. Also wir sind ja in Deutschland, was die Niederlassungsmöglichkeiten, zumindest jetzt im humanmedizinischen Bereich angeht, teilweise noch begrenzt. Also nicht jeder Arzt kann einfach sagen, ich gründe eine Praxis, möchte dann aber trotzdem mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, da sind wir ein bisschen diskutiert und aus meiner Sicht ist das auch der große Grund dafür, warum viele sagen, das Thema Personal Branding, das Thema eigene Marke ist noch nicht so wichtig, denn die Patienten kommen ja sowieso. Ich muss ja gar nicht so viel ändern und ich bin Arzt und ich bin noch nicht auf dem Weg zum Unternehmer, ich entwickle mich vielleicht dahin. Nichtsdestotrotz ist das Thema Markenaufbau und das Thema eigene Markenpositionierung ja in Zukunft immer wichtiger, denn wer weiß, wie lange dieses System so noch funktioniert. Ich finde es auch schöne Beispiele von jungen Ärzten, die jetzt schon damit anfangen, in der Ausbildungsphase zum Facharzt sich zu positionieren. Kennst du da ein paar praktische Beispiele? Ich kenne jetzt keinen, der jetzt so als Influencer, vielleicht den Dr. Johannes Wimmer kennt man vielleicht, ist so ein YouTube-Star-Influencer, große Reichweite, der so als, glaube ich, Allgemeinmediziner in der Uniklinik in Hamburg, glaube ich, arbeitet und so ganz praktisch Patienten erzählt, was so im Körper los ist und so weiter. Also das finde ich schon eine ganz tolle Geschichte und ich glaube, dass also viele junge Ärzte und Ärztinnen sehen tatsächlich das Potenzial und ich glaube, das ist so die eigene Frage, die man sich stellen kann, bin ich eigentlich zufrieden mit dem Potenzial, was ich jetzt so in meiner niedergelassenen Praxis habe oder ist da noch mehr drin? Also macht es für mich Sinn, über die regionalen Grenzen hinaus zu gehen, um einfach zu skalieren und einfach zu sagen, okay, wie kann ich mein Wissen nach draußen wirklich ja auch multiplizieren? Also wie kann ich diese Reichweiten im Netz einfach nutzen? So wie wir jetzt auch mit dem Podcast natürlich eine Reichweite aufbauen. Also das ist schon sehr sinnvoll. Ja, genau. Also ich habe da auch immer noch eine Ärztin mit ihrem Freund im Kopf aus dem Münchner Raum, die einen eigenen Blog hat, die zum Thema Fitness sehr viel macht, die eben auch im Bereich der Chirurgie, wird zum ersten Bereich der Chirurgie tätig, sie ist im Bereich der Haut tätig, die sind regelmäßig dabei, ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die bauen sich jetzt schon im Grunde ihre Community für die Zukunft aus, die wollen sich irgendwann niederlassen und denen wird man irgendwann folgen, auch ganz egal, wo die sich niederlassen werden, die werden eben in fünf, sechs Jahren zum Facharzt ausgebildet sein, in die Niederlassung gehen, in die eigene Praxis gehen und bauen sich eben jetzt schon ihre Zukunft auf und das finde ich sehr, sehr erstaunlich und unglaublich intelligent auf der anderen Seite, weil man weiß, was in fünf, sechs Jahren ist und ob diese Systeme so noch funktionieren und die eigene Zukunft so aktiv zu gestalten, ist ein super Ding. Ja, ich glaube auch der Wert der eigenen Praxis, das ist glaube ich jetzt noch gar nicht so auf dem Tablett, aber der Wert der eigenen Praxis wird natürlich enorm steigen, wenn ich eine Praxis mal übergebe oder verkaufe und kann sagen, das ist die Praxis, die Prozesse sind digitalisiert, zum Beispiel das Thema Terminvereinbarung, aber diese Praxis hat eben auch eine eigene Community, ich habe eine eigene Reichweite mit dieser Praxis, ich habe nicht nur 800 Patienten in dieser Praxis, sondern ich habe auch noch 100.000 Hörer in einem Podcast. Also das ist für den Wert, der da entsteht, schon auch ein Unterschied für einen jungen Arzt, der sich niederlassen möchte, wenn er die Wahl hat, würde er sich halt nicht für den 70er Jahre schick einer Praxis 400 Patienten ohne Community und Reichweite entscheiden, er würde sich dann immer für auch das digitale Angebot entscheiden. Also allein wer schon mit seiner Praxis so den eigenen Wert steigern möchte, also wer wirklich schaut, dass er sein Unternehmen und das ist ja letztendlich auch deine Botschaft, sein Praxisunternehmen für die Zukunft vorbereiten muss, der kommt an Digitalisierung nicht vorbei und auch nicht an dem Thema Communityausbau. Gibt es denn aus deiner Sicht, jetzt wenn wir mal von der einzelnen Praxis weggehen, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Praxen, wir haben auch ganz viele Kooperationen, wir haben auch übergeordnete Gemeinschaften für die Gesamtgesundheitsbranche aus deiner Sicht so ein Ausblick mal, welche Möglichkeiten das Thema Digitalisierung so grundsätzlich bietet in der Zukunft. Also das hängt ja alles zusammen, also man könnte ja fast sagen, es ist populistisch, also ganzheitlich zu betrachten. Es ist ja nicht nur das Ein, und dann spielen ganz viele Dinge gegenseitig eine Rolle. Also ich glaube, die Identifizierung von echten Experten, von Leuchttürmen innerhalb der jeweiligen Fachrichtung wird natürlich viel einfacher sein. Also wenn ich wirklich einen Lungenspezialist suche, dann werde ich ihn viel einfacher in Zukunft finden, weil der Lungenspezialist, der hat natürlich Veröffentlichungen, der hat natürlich Blogartikel, der hat einen Podcast, einen YouTube-Channel und so weiter. Also ich glaube auch, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient wird eine ganz andere sein, wird eine viel intensivere sein. Es wird allerdings auch mehr automatisiert sein. Also Chatbots werden zum Beispiel Terminvereinbarungen übernehmen. Ich werde vielleicht so ein Wiki, so eine Knowledge-Management-Lösung bei den Ärzten einfach auch haben, wo ich dann sagen kann, okay, weißer Hautkrebs, was bedeutet das? Das gebe ich dann halt bei dem Arzt meines Vertrauens auf. Also die Zukunft liegt in der Interaktion mit der Plattform des jeweiligen Arztes. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die Ärzte-Plattformen-Seiten aussehen, was die heute anbieten, dann ist das natürlich ein enormes Potenzial für jeden Arzt, der sagt, so und jetzt gehe ich den einen Schritt noch, eine extra Meile noch mehr und baue mir so mein digitales Unternehmen auf. Also so den Mantel der Kommunikation um meine regional etablierte Praxis. Also ich glaube, wir werden viel sehen im VR-Bereich, also Virtual Reality, Augmented Reality, also erweiterte Realität, was da mit Handy und Co. wirklich sein wird. Und ich glaube, es wird auch neue Geschäftsmodelle einfach geben müssen, weil sich auch unser Gesundheitssystem verändern wird, neue Geschäftsmodelle geben müssen für die niedergelassenen Ärzte zusätzliche Standbeine zu entwickeln zu dem klassischen oder traditionellen Geschäftsmodell. Ja, wobei ich auch bei dir immer wieder raushöre und das finde ich ganz besonders schön in dem Zusammenhang, dass nicht das eine oder das andere da steht, sondern dass immer das Thema Digitalisierung und Mensch und Mensch und Digitalisierung parallel läuft. Das ist schon gesagt, Prozesse, Systeme oder Prozesse, die systematisiert werden können, können letztendlich digitalisiert werden, vereinfacht werden für Abläufe in der Praxis und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe einfach wieder mehr Zeit für meinen Patienten und kann mich wirklich um das kümmern, was meinen Patienten angeht. Also kann vielleicht eine andere, eine vernünftigere, ohne das jetzt bewerten zu wollen, dass es bis jetzt nicht passiert, aber eine andere Diagnose stellen, weil ich einfach nicht mehr zeitlich so stark reglementiert bin, wie ich das ja heute tatsächlich bin. Wir haben einen Zeitkontingent, wir haben nicht nur ein budgetiertes Kontingent, was Geld angeht, sondern auch ein zeitliches Kontingent in der Arztpraxis, dass man dem Arzt da fast keinen Vorwurf machen kann, dass er so wenig Zeit für den Patienten hat, aber wenn das letztendlich Einzug hält, also viele Dinge, die einfach systematisiert und dann digitalisiert werden können, ich glaube, das macht Abläufe in der Praxis einfacher, es gibt ja da auch schon Beispiele für die Diagnosestellung über diesen Großcomputer, der sehr, sehr genau Diagnosen stellen kann, das ist sicherlich Zukunftsmusik, aber ich glaube, dass es auch nach und nach in dieser Entwicklung weitergehen wird und auch muss, damit sich da ein bisschen was ändert. Das ist ein hochspannendes Thema, also ich glaube auch nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, also ich führe auch oft die Diskussion, ein Computer oder eine künstliche Intelligenz wird niemals eine Behandlung führen. Ich glaube, diese Diskussion, ob jetzt eine Martine oder langjährige Erfahrung und bessere Röntgenbild auswählen oder nicht, das ergibt sich einfach nicht. Klar kann man das Maschinen irgendwie beibringen, aber dieses Zwischenmenschliche wird immer benötigt werden, davon bin ich überzeugt. Also genau wie du sagst, ist es ein Brückenbauen, also wie schaffe ich es zwischen Online und Offline wirklich Brücken zu bauen? Ganz klassische Frage, wie lange war meine Patienten im Wartezimmer und wie gehe ich mit deren Zeit um? Also biete ich in dieser Zeit Services an, biete ich in dieser Zeit echte Mehrwerte an. Zum Beispiel beim Podcast kann ich ja Lautsprecher in das Wartezimmer machen und eine Podcast-Folge laufen lassen. Ich habe das bei einem Arzt gesehen, der hatte das auf der Toilette. Ich fand es ein bisschen schade, weil so viel Zeit verbringst du da nicht, aber der lief einen Vortrag des Arztes auf irgendeine Kino mit Bewegungssensor. Also der stoppte dann auch. Man konnte mehrfach gehen und hat dann das gehört. Also das sind einfach tolle Ideen oder was gebe ich denn? Ich habe ja ein Kommunikationsproblem. Womit wir immer zu tun haben, ist ein Medienbruch. Also Patient kommt in die Arztpraxis rein, es beginnt die Kommunikation, weil er klingelt, klopft und sagt Hallo und irgendwann reißt die Kommunikation wieder ab, weil die Arztpraxis verlässt. Jetzt ist doch die große Herausforderung, wie schaffe ich es in der Zeit, wo meine Praxis geschlossen hat oder wo der Patient einfach auch kein Problem hat und keine gesundheitliche Beratung braucht, wie kann ich trotzdem den Kontakt halten? Und dann reden wir ganz schnell über E-Mail-Marketing, über E-Mail-Funnel oder Informations-Newsletter. Dann reden wir ganz schnell über Messenger-Services, Chatbots, Podcast, damit wir einfach den Patienten erinnern und ihm immer wieder sagen, hey, wenn du damit ein Thema hast, ich bin da. Ich beliefere dich mit Informationen und ich schaffe ganz viele Touchpoints im Netz, sodass der Patient, Kunde, immer wieder mit mir Berührungspunkte hat und weiß, der Lungenspezialist ist diese Person. Und ich glaube auch, dass sich darüber Patienten verändern werden. Also ich hätte vielleicht dann auch die Patienten, die ich haben möchte. Also ich kann vielleicht auch genau, wenn ich weiß, ich nutze diese Medien und ich möchte gerne in einem gewissen Bereich mit vielleicht jüngeres Patienten-Klientel haben oder ich übernehme eine Praxis, was ja sehr häufig der Fall ist, wo die Patienten überaltert sind und natürlich auch ganz normal. Wir haben die Mobilität im Alter und nicht, Gott sei Dank, nicht in jüngeren Jahren. Aber ich bekomme eben die Möglichkeit, mit diesem Thema der Digitalisierung vielleicht auch jüngere Menschen anzusprechen, die dann sagen, ja, da gehe ich hin, weil er bietet mir genau das, was du gerade gesagt hast. Denn viele haben ja auch Sorge davor, weil sie a mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen können und b, weil sie mit dem Thema nichts anfangen können. Was passiert da mit mir? Und ich glaube, da bekomme ich einfach ein anderes Patienten-Klientel und Patienten-Gut. Das kann ich mir vielleicht dann auch selber aufbauen als Arzt. Ja, ja. Also ich glaube auch, es braucht gar nicht so sehr diesen visionären Kopf. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand und auch der Rückblick so in den letzten fünf bis zehn Jahren zeigt ja auch schon, dass sich das Kommunikationsverhalten bei den Patienten ja schon geändert hat. Die Frage ist, versuche ich jetzt, mich auf Augenhöhe wieder zu bringen und in diese Kommunikation einzusteigen oder lasse ich die Patienten bei Yameda und Co. vielleicht eine Bewertung abgeben? Die reden ja sowieso über mich als Arzt. Ja, bewerten mich gut oder bewerten mich schlecht? Ja, aber wenn ich einen tollen Service anbiete, ja, wenn ich tolle Bewertungen bekomme, auch bei Google, wie schnell ist das, wenn ich mit meinem Handy beim Arzt war, sagt mir mein Handy, möchtest du diesen Arzt bewerten? Und dann habe ich ganz schnell fünf oder zwei Sterne vergeben. Ja, wie schnell kann man auch so ein Image kaputt machen? Und dagegen halten zu können und zu sagen, hey, ich beliefe meine Community mit Blogbeiträgen, habe einen Podcast, liefere echt einen Mehrwert, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, um sich auch selbst als Marke aufzubauen. Absolut richtig. Und ich glaube, auch damit würden wir vielleicht auch so ein bisschen in die Gegenden kommen, die heute unterversorgt sind, also wo wir zu wenige Ärzte haben, weil eben die Gefahr eben, also viele sagen, ich möchte da nicht hin, weil entweder habe ich zu viele Patienten und ich komme gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr zum Leben oder ich habe Sorge, dass meine Praxis dort nicht funktioniert, weil die Patienten für die Spezialisierung dann doch eher woanders sind worden. Ich glaube, genau damit, mit dem Thema Personal Branding, mit dem Thema Digitalisierung kann ich dem wunderbar entgegenwirken. Übrigens, da werde ich nochmal speziell, du sagst immer so schön, Solo-Folge nochmal zu machen, um einfach mal zu sagen, was eigentlich mein Beweggrund dafür ist, dass ich mich so für dieses Thema einsetze. Das ist ein sehr persönlicher Grund, aber das mache ich mal in einem ganz anderen Segment, wenn mir das Thema auch sehr, sehr am Herzen, dass wir in Deutschland nicht unterversorgten Gebiete haben. Wir sind ein hoch industrialisiertes Land und es gibt in einigen Bereichen eben keine Ärzte, die schnell zur Verfügung stehen können und das kann nicht sein, das ist meine Aufgabe. Ich bin kein Mediziner, aber ich kann vielleicht dazu beitragen, dass wir in dieser Unterversorgung, dass wir aus dieser Unterversorgung rauskommen. Wichtige Mission, ja. Eine Frage habe ich noch aus deiner Sicht, was zeichnet den Arzt als Unternehmer aus? Warum ist das oft anders? Warum ist das nicht einheitlich? Ist der Arzt eher selbstständig oder ist er eher Unternehmer? Ja, Also ich glaube oder würde mir wünschen, dass der Arzt sich mehr als Unternehmer sieht, also der Idee folgt, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur als persönliche Fachkraft im Unternehmen zu arbeiten. Also als Fachspezialist bin ich bemüht, natürlich über die aktuellen Entwicklungen, Forschungen, Studien und so weiter informiert zu sein. aber seine Praxis vor allem auch die eigene Zukunft betreffen, als Unternehmen zu verstehen und dafür Strategien zu entwickeln und mal von außen drauf zu schauen und zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Praxis, ich habe meinen Patientenstamm um meine Praxis, aber was ist über diese regionale Grenze hinaus noch möglich? Das ist dann nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel, den ich jedem Arzt, jeder Arztpraxis empfehlen würde. Und das aber nicht nur aus der Perspektive und das ist ganz interessant, ich hatte letztens auch ein Interview mit einem Zahnarzt in Berlin, eine Praxis, Karies, Höhle für Kinder, total cool. Supergeile Geschichte, aber es ist halt auch nur regional, es ist halt auch nur in der Praxis, es ist nicht digital, es ist noch nicht dieser Schritt nach außen, es ist beeindruckend für jeden, der dort hinkommt, aber sorry, ich wohne nicht in Berlin, also welchen Wert kann er mir stiften, er hat es getan, indem er einen Podcast gemacht hat, aber jetzt für mich als Patienten, was kann er für mich tun, der, der ich nun mal in München oder in Köln oder wo auch immer lebe und ich glaube, das ist diese Extrameile, von der ich gesprochen habe, also nicht nur die Praxis zu sehen und zu sagen, wie kann ich das Erlebnis vor Ort für den Kunden kreieren, sondern wie schaffe ich es, meinen Kundenstamm einfach über die regionalen Grenzen hinaus durch eigene digitale Angebote und Produkte mit dem Wissen, was die Ärzte ja tatsächlich haben, mit der Spezialisierung. Ich habe letztens mit einem Arzt unterhalten, der sich auf das Thema Vitamin D und Vitamin K spezialisiert hat, der alle möglichen Studien da. So, dann habe ich gesagt, hey, du musst das in E-Books schreiben oder sprich es irgendwo drauf, wir müssen dieses Wissen konservieren und Menschen zugänglich machen. Und das macht er jetzt und ich glaube, das ist der richtige Weg, um sich zusätzliche Standbeine oder passive Einkommensströme aufzubauen langfristig. es ist ein Prozess, also man sollte jetzt anfangen. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, erledigt, sondern man muss es entwickeln, das geht relativ schnell, da können wir gut helfen, aber es muss sich auch rumsprechen und das dauert halt, bis dieses Lauffeuer einmal um den Erdball ist. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss für das Interview. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind schon über 45 Minuten fast dran, also es ist einfach super spannend, es geht viel zu schnell vorbei, die Zeit. Ich möchte aber zum Schluss auch noch so zwei, drei kurze Fragen stellen, eine hast du schon beantwortet im Laufe des Interviews, deshalb steige ich einfach mal mit meiner zweiten Frage ein. Wenn du jetzt heute so den Reset-Knopf drückst, willst du heute irgendwas anders machen in deinem Leben? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde, glaube ich, noch einen Ticken früher mich auf digitale Themen stürzen. Ich habe das schon relativ früh gemacht, aber zu erkennen, dass das auch wirtschaftliche Aspekte haben kann, das hätte noch ein bisschen früher, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja, super. Jetzt hast du ja schon einen wunderschönen Ort, an dem du arbeitest und lebst, wie du uns gerade gesagt hast. Gibt es denn irgendwie einen Ort, wo du sagst, da würde es sich lohnen zu leben und auch von da aus zu arbeiten? Ich meine, letztendlich gerade in der digitalen Welt ist ein Ort zum Arbeiten wahrscheinlich sowieso austauschbar, oder? Ja, als hauptberuflicher Rebell und Harley-Fan gibt es eigentlich keinen Ort, der dich irgendwie länger als eine Woche bindet und das ist das, was mich auch so fasziniert, dass es dieses Standortunabhängig sein, ja, also ich kenne noch die Büroarbeit, also morgens um neun bis 18 Uhr in irgendwelchen Betonwänden zu sitzen und genieße ganz ehrlich mit einem Laptop und wenig Equipment diese Flexibilität und Freiheit, die uns die Digitalisierung geben kann, wenn wir sie richtig nutzen. Also ist es ortsunabhängig letztendlich? Ja. Gibt es einen Film, ein Buch, was dich besonders motiviert, mitgerissen, inspiriert hat, so in der letzten Zeit oder überhaupt das empfehlen könntest? Also sehr früh Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie, das war eigentlich so das erste Buch, was so für mich so die Initialzündung gegeben hat, dass neben dem Business die persönliche Weiterentwicklung eigentlich der Schlüssel ist und gar nicht so sehr die Suche im Außen, was zu finden, was einen beruflich vielleicht befriedigt oder so oder was einen beruflich an seine Ziele bringt, sondern eher so dieses innere, dieser innere Fokus auf was tut uns wirklich gut. Und das war dann auch so ein gewisser Reifeprozess, den man dann mit weiteren Büchern so durchgemacht hat. Aber das war schon das prägendste Buch, ja. Finde ich auch ganz spannend. Ich habe letztens ein Interview mit jemandem noch geführt, der auch gesagt hat, der Arzt muss man raus aus seiner, ich nenne das mal Fachgruppe, also wenn man sehr viel innerhalb der Arztgemeinschaft unternimmt und sehr viel innerhalb dieser Gruppe auch entweder geführt wird oder eben auch geprägt wird. Und dieses setz dich doch mal mit anderen Themen auseinander, die außerhalb dieses Segments funktionieren und die eben gut sind und hol dir da die guten Dinge für deine Praxis, für deine Arbeit, für deinen Arztberuf und versuch die umzusetzen. Und wenn es ja letztendlich eine ganz andere Richtung ist und finde ich sehr schön darüber mal nachzudenken, einfach mal raus aus dem, was man sonst macht. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen raus aus der Komfortzone, das ist für mich hat noch eine ganz andere Bedeutung, aber sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die eben nicht da sind, wo ich sie jeden Tag zum Soviel. Im Grunde, wenn ich da noch eine kleine Ergänzung machen kann, ich bezeichne es immer als Perspektivwechsel. Also wenn du immer durch die, also immer durch den selben Fokus benutzt, kennen wir ja, wenn wir vor dem Rechner sitzen, das machen wir acht Stunden, anschließend sind wir völlig im Eimer, sondern eine Runde spazieren gehen, sich in anderen Branchen mal zu orientieren, andere Konzepte sich anzuschauen und dann versuchen, diese Transferleistung hinzukriegen und zu sagen, kann ich das adaptieren für mein Thema. Also ich glaube, und das ist aber ein Appell nicht nur an Ärzte, sondern generell an uns alle, einfach zu sagen, einfach mal den Kopf von unserem Gegenüber aufsetzen und zu schauen, wie würde der mich wahrnehmen? Bin ich tatsächlich der Rebell, der konsequent schwarz, jetzt weißt du, warum ich einen weißen Hintergrund habe, der konsequent schwarze Visitenkarten hatte. Da wollte ich natürlich auch an sich noch drauf eingehen, also das ist einfach dein Markenzeichen, das Thema schwarz ist dein Markenzeichen. Es ist ein Versuch, es ist ein Versuch, den ich schon seit, ich glaube, fast 15 Jahren mache, also wenn du meinen Kleiderschrank sehen würdest, wäre das einfach so ein schwarzes Loch, wie man es im Weltall kennt, weil es einfach keine Farben gibt, es macht es wahnsinnig leicht, mich zu entscheiden morgens und ich lebe das konsequent, also völlig egal, was ich hier von dem Schreibtisch nehme, es ist alles irgendwie schwarz, jetzt pass auf, meine neueste Errungenschaft, eine schwarze Maus von Apple, also das Interessante ist, es ist für mich das Experiment, weil ich meine Klienten und Auftraggeber darauf trainiere, nur in der Konsequenz, was du in deiner Freizeit machst, ist wurscht, ich sehe in meiner Freizeit auch anders aus, dann habe ich grau an, aber im Business konsequent Marke zu leben, bis ins Detail, also ich hatte einen Hund, schwarzer Labrador, auch klar, bis ins Detail, das konsequent durchzuziehen, das ist die große Kunst und das wirst du bei Apple finden, das wirst du bei Porsche Design finden und wenn du das noch kombinierst, also konsequent in der Markenführung und Reduktion, Fokus auf die Botschaft, auf das Design, dann schaffst du ganz schnell hochwertige Marken zu entwickeln. Das ist das Ganze. Gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ich habe auch noch eine Frage, die ich dir trotzdem gerne noch stellen will, weil die nicht ganz uneigennützig ist, ich würde ganz, ich frage immer, die Frage habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen von dir geklaut, ich würde ganz gerne eine Empfehlung bekommen, wen würdest du gerne für diesen Podcast empfehlen? Oder gibt es jemanden, den du uns für den Podcast empfehlen würdest? Gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne natürlich aus irgendeinem anderen Segment, weil wir haben ja gerade gesagt, man muss auch mal raus aus der Box. Jetzt werde ich überrascht. Deine eigenen Fragen überrascht. Ja, es ist sehr, sehr geil. Ja, es ist nur das, die Frage zu stellen oder eine Antwort darauf zu finden. Also, wen ich für Auffall empfehlen muss, ist Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DRK. Ich habe jetzt auch seine Crew kennengelernt, war jetzt in Hamburg, habe den CDO dort kennengelernt, also ganz, ganz großartig, die haben tolle Sachen vor, kommen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Sachen, die sehr, sehr spannend sind und ich das persönlich nicht gedacht hätte, dass von der Krankenkasse so viel Engagement in Sachen Digitalisierung wirklich dort in Hamburg entwickelt wird, also gut ab. kann ich super empfehlen. Ansonsten würde ich dir, glaube ich, eine E-Mail schicken mit auf jeden Fall noch ein paar Kontakten, die unbedingt ihre Geschichte im Mikro Ja, sehr gerne. Freue ich mich drüber. Norman, ganz vielen Dank. Ja, wie sagt man, sehr kurzweilig, weil die sind jetzt fast eine Stunde rum, also ich finde es super, wir werden auf jeden Fall noch zwei Teile daraus machen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich das auch noch mal in Ruhe anzuhören und alles das, was du gesagt hast, kann man ja sowieso auch noch mal bei euch auf der Seite nachlesen, ganz viele Podcasts von mir hören, da findet man ganz viel von dem auch wieder. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in der einen oder anderen Situation noch mal wieder. Alle Zuhörer und Zuschauer, ganz vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und am Ende bitte ich immer noch mal um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir in Zukunft Dinge besser oder anders machen können, aber auf der anderen Seite natürlich auch so interessante Gäste, die noch einen Blaser in den Podcast holen, werden wir viele gute Bewertungen oder überhaupt Bewertungen bekommen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen und aktiv sein und unternehmer werden. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Oliver.